herzlich willkommen zu unserem podcast in zusammenarbeit mit microsoft mein name ist markus strelitz und ich möchte heute über das thema sprechen wie gelingt die ökologische und die digitale doppeltransformation nachhaltigkeit möglichst schnell umzusetzen ist derzeit eine wichtige aufgabe für unternehmen und gleichzeitig eine große herausforderung und das gleiche gilt auch für den digitalen wandel aber beides also digitalisierung und nachhaltigkeit müssen zusammengedacht werden das sagt schon jones leiter der nachhaltigkeit bei microsoft deutschland und mit ihm möchte ich jetzt darüber sprechen warum diese beiden themen voneinander abhängen und wie sich die ökologische und die digitale transformation gemeinsam angehen lassen hallo schon schön dass du da bist hallo markus ja dankeschön für die einladung heute ich freue mich ja ja gerne ja nachhaltigkeit und digitalisierung passen ja auf den ersten blick eigentlich gar nicht so zusammen weil bei nachhaltigkeit geht es unter anderem darum weniger ressourcen zu verbrauchen die digitale transformation dagegen benötigt viele ressourcen nämlich energie was verbindet denn die beiden themen so aus deiner sicht trotzdem miteinander also ich sehe das ein bisschen anders ich glaube die digitalisierung dann beschäftigt sich ja jetzt seit knapp zehn jahren und zumindest innerhalb deutschland und auch die welt mit weiter effizienz ich glaube digitalisierung hat schon immer das ziel gehabt prozesse zu zu vereinfachen prozesse durch digitalisierung dann zu verbessern und dadurch auch weniger einsatz von gut effort also mitarbeiter arbeit und und auch dann von einsatz von ressourcen ich glaube das ist schon war immer auch ein ziel von digitalisierung das thema lean kommt mir immer natürlich im kopf das also lean management lean six sigma das sind alle themen die wo wir mit digitalisierungen 2015 angefangen haben in hier in deutschland ungefähr das waren eigentlich die die bausteine dafür dann dachten wir okay da gibt es natürlich deutlich mehr technologie eine fast exponentielle entwicklung vor allem von daten getriebenen lösungen also das sehe ich wirklich als ein fundament und nachhaltigkeit setzt eine nummer drauf nachhaltigkeit setzt noch mal einen drauf wie wie meinst du das also ich glaube bei nachhaltigkeit ist es immer noch eine sehr wie sagen wir nicht umstritten aber sehr belebt diskutiertes also thema was bedeutet das überhaupt was ist die definition von nachhaltigkeit hat man natürlich dann club of roman wann ich geboren wurde in 72 und dann hat man die grundland also bruntland report in 87 die ich glaube die meist genutzte definition ist dass man die welt und entwicklung so machen kann die also die wirtschaftliche entwicklung dass das zumindest zukünftige generationen nicht 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 schadet sind wir deutlich präzise geworden weil das ist eine sehr high level also diskussion und seit 2010 und 2015 haben wir die definition von dem also planetary boundaries also die die grenzen natürlich dann von von der welt es sind neun definiert aus der wissenschaft dann also wirklich sehr fokussiert mit mit kennzahlen werden und dann 2015 die sustainable development goals das sind 17 davon untersetzt ein ein basis und jetzt kommt das allmählich vor allem auch wirklich erst dieses jahr in in gesetzgebung von der european green deal und auch die corporate sustainability reporting directives es gibt keine deutsche übersetzung die ich kenne aber das sind so zwölf verschiedene dimensionen wo firmen innerhalb europa davon in deutsch also insgesamt 50.000 firmen die berichten müssen in europa 15.000 davon sind hier in deutschland und die müssen schon in 2024 also weniger als neun monate anfangen das zu tun also schon sehr ist man urgent und dringend dass diese diese information an nachhaltigkeits elemente von den firmen auch berichtet werden und das das ist zumindest dann ein ein erster basis um transparent zu schaffen wo stehen wir jetzt du hast vorhin das thema daten erwähnt exponentielles wachstum von daten jetzt beim thema nachhaltigkeit das thema berichtspflicht auch da geht zum daten sind daten so dass eines der verbindenden elemente im prinzip zwischen nachhaltigkeit und digitalisierung ja absolut ja glaube dass das ist wirklich der ein kernpunkt wir werden wahrscheinlich über die nächsten 20 30 jahre dann über so drei phasen gehen mit nachhaltiger transformation das erste phase ist jetzt und das ist die transparenz phase wo wir vor allem zumindest daten sammeln müssen viele firmen sammeln diese daten die haben also hat mit carbon reporting zu tun auch mit zirkuläre wirtschaft zu tun auch mit land also nutzung von land und wasser ressourcen auch mit biodiversität und so weiter auch mit sozial themen dann wie sie ihre mitarbeiter ihre kunden betreuen alle diese daten zählen dann zum zum nachhaltigkeit wenn diese transparenz erstmal geschaffen wird dann geht es wirklich an die sache im sogenannte operational excellence oder improvement oder verbesserung dass man sagt okay ja was ist dann eigentlich wo stehe ich jetzt aber was ist mein ziel was ist meine aspiration und das ist teilweise von der gesetzgebung dargestellt dargestellt also vor allem vom co2 equivalent also greenhouse gas erderwärmung aber für manche sachen nicht wirklich also zirkuläre wirtschaft und biodiversität es gibt keine regeln und abkommen momentan für viele diese themen aber firmen können sie das dann selbst setzen und wenn sie das gemacht haben dann ist die frage wie machen sie das also da geht es in die verbessern ihre eigenen operations und an aktivitäten und wie diese steuerung intern auch vorangetrieben wird und das sind große diskussionen und dann die die letzte phase wird wirklich also neue produkte und und dienstleistungen und gaben geschäftsmodelle zu entwickeln für nach dass die neue nachhaltige welt wir sehen das heute natürlich mit elektromobilität und dann in der kommt nah dran mit auch im vernetzte häuser und gebäude also smart buildings sind alle so neue geschäftsmodelle die ab 20 30 wirklich kommen werden und firmen sind momentan alle in einer anfangs diskussion wo geht diese reise hin das heißt okay du sagst in der ersten stufe oder eine anfangs diskussion das heißt jetzt geht es darum die daten zusammenzuführen zu sammeln um darauf dann aufzubauen also ist das jetzt so die die phase im prinzip in denen sich die unternehmen oder die meisten unternehmen befinden habe ich das richtig verstanden ja genau also momentan ist es wirklich erstmal transparenz schaffen das heißt was sind die ziel also werte oder diese struktur und diese sogenannte csad ist ein guter basis dafür und dann die daten zu sammeln und das ist das ist die großarbeit also da das verbindet wie wie du schon eben gesagt hast dann also digitalisierung mit nachhaltigkeit weil es ist auch im ersten schritt ein datenthema das war bei digitalisierung auch das was was ist unsere produktions also am fischen zieht ziele oder logistik ketten supply chain ziele und erstmal diese daten zusammen zu bekommen in systemen die auch steuerungs nutzbar sind und relevant sind ist ist ein erster schritt ja und da sind die meisten firmen dieses jahr und die nächsten würde ich sagen drei jahre damit beschäftigt ja was ist da so die 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 große herausforderung aus deiner sicht gut am ihn erst mal also die daten zusammen und und transparenz zu schaffen damit alle erst mal verstehen wo sie sind und da kommt immer dann eine interne in beiden firmen interner strategische diskussion das ist sollte nicht unterbewertet sein das hat man bei digitalisierung irgendwie wie man ist drüber nicht drüber hinweg aber man sagt man teilweise vergessen man dachte natürlich als technologieunternehmen wie wir natürlich ja gute technologie du hast ein problem wir haben eine lösung implementiert das nein die also die firme muss auch entscheiden wo sie ihre schwerpunkte selbst wo sind was ist ihre strategie was sind differenzierungsmerkmale das hat auch bei nachhaltigkeit ein ein wichtiger aspekt weil sie müssen verstehen wollen wir bei biodiversity irgendwann punkt setzen ist das für uns ein thema wo wir sagen hey wir können einen beitrag leisten vielleicht eine große chemiefirme sagt ja ist vielleicht weniger interessant für uns außer umweltverschmutzung aber eine eine food manufacturing ein konsumgüterhersteller eine retail shop also ein supermarkt dann sagt ja das ist für uns extrem wichtig und da wollen wir natürlich dann transparent darstellen was wir machen und auch wie wir das verbessern können mit veganen produkte vielleicht oder urban agriculture oder wir machen unsere eigenen art von also das sind das sind wichtige aspekte diese strategischen diskussion nach dieser transparenzphase und jede firma muss das machen wird das auch machen okay das verstehe ich ich brauche natürlich eine strategie quasi in welche welche richtung ich das thema nachhaltigkeit treibe oder wo ich wo ich hingehe aber dann brauche ich ja dann schon auch die technologien um eben dann für für die für die für die datenbasis et cetera zu sorgen also es ist natürlich schon ein technologisches thema insofern eben weil ich weil ich dann weil technik dann hilfsmittel ist oder wenn ich das richtig verstehe und da kommen ja dann eben auch wieder digitalisierung digitaler wandel und nachhaltigkeit zusammen ja absolut und ich meine also natürlich alle rein also software firmen technologiefirmen wie ein microsoft sind daran interessiert also diese diese datenmodelle zu bauen und auch dann use cases und auch unsere künstliche intelligenz zu nutzen aber es geht natürlich auch an harte technologie also gucken wir mal erstmal also energy transformation als beispiel wichtiges thema riesiges thema eigentlich ein baustein für alles was wir ab 20 30 2050 machen wollen da sind inputs also wir müssen erstmal als als weltgesellschaft dann viele windmühlen bauen viele solaranlagen bauen müssen dann auch technologie bauen für wasserstoff pufferung und und batterie also für wasserstoff und batterie als puffer für die ganzen energie die wir aus diesen sehr sehr dynamische energiequellen dann bekommen und dann müssen wir auch die die endgeräte entern in gebäuden sind das heat pumps ne her habeck hat es dann ein bisschen forciert ich bin dabei ehrlich gesagt also ich finde das richtig und dann gibt es elektromobilität ne in vielen verschiedenen fassetten nicht nur autos sondern natürlich auch die lastwägen sind davon betroffen aber auch die verbreitung mit e scooters und und andere mittel und dann und dann geht es an an wirklich harte technologie die noch nicht entwickelt ist also alle diese themen die ich eben genannt habe sind schon da müssen wir sie nur eigentlich dann implementieren vielleicht ein bisschen geschäftsmodell noch dazu geben aber wenn man in die also in die industrie geht die elektrifizierung dann von industrie riesen thema im sogenannten district manufacturing also wo man komponenten zusammenbaut wie ein auto oder eine kaffeemaschine da ist es schon recht weit elektrifiziert da gibt es ja keine großen themen dann aber in der prozessindustrie ob das chemikalien sind oder pharma oder stahl da sind wahnsinnig also komplexe elemente noch zu elektrifizieren also es geht nicht nur wollte ich nur sagen um die die coole software firmen wie wir sondern an wirklich hardcore technologie die implementiert werden muss dann um rein diese energy transformation diese elektrifizierung dann voranzutreiben elektrifizierung da spielt natürlich dann eben it eine große rolle alle auch dieses ganze thema smart manufacturing und so was du jetzt auch so ein bisschen angedeutet hat das und die da und da kommen wir wieder so ein bisschen vielleicht auch auf den auf den anfang des gesprächs dafür brauche ich aber natürlich auch wiederum energie also wie kann ich denn so eine elektrifizierung oder auch die nutzung von it ja auch unter nachhaltigkeitsinspekten einsetzen also wie kann ich das möglichst energiesparsam vielleicht nutzen also ist da dann zum beispiel die cloud so ein ein konzept um das zu tun oder wie war wo ist da der der hebel ja ist auch ein wichtiger punkt also wir erwarten was natürlich dann keine wie soll man rockets also zumindest keine unerwartete entwicklung ist dann ist natürlich die der anteil von von technologie in der welt ansteigen wird als beispiel wir schätzen heute dass um ein prozent der elektrizität dann oder energieverbrauch und elektrizität dann wird für daten also rechenzentren genutzt heute das wird steigen also wir schätzen dass es innerhalb der nächsten jahrzehnten auf fünf bis zehn prozent der elektrizität verbrauch sein wird weil wir einfach mehr daten also rechenzentren bauen also microsoft baut knapp also hat vor zumindest knapp so 100 pro jahr neu zu bauen unsere wettbewerber genauso wir arbeiten stetig daran natürlich dann sie sehr produktiv zu machen das ist natürlich auch ein verkaufsargument die wir haben nicht nur für microsoft aber auch unsere wettbewerber und sagen hey also hör auf dann mit dem rechenzentrum im keller das ja schon gebaut habt das ist deutlich besser und effizienter sogar bei uns zu bauen also die effizienzgewinnung ein 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 rechenzentrum von ein microsoft das sicherlich auch von unserem wettbewerber sind ungefähr zwei prozent so viel carbon also kohlenstoff ausstöße wie ein rechenzentrum von einem herkömmlichen betreiber oder zumindest vom kunden und ich meine das ist auch wie man obvious also das ist es relativ klar zu sehen ich meine vor 100 jahren oder 200 jahren hat man stahl zu hause gemacht macht man heute nicht und das gleiche in der zukunft wird auch bei rechten kapazität sein das hängt nur davon also skalierungseffekten ab und dass wir natürlich diese rechenzentren dann deutlich besser betreiben können als anderen ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem carsharing ob ich jetzt ein eigenes auto nutze damit mit dem ganzen ressourcenverbrauch unterhalt etc oder ob ich mir halten auto teile mit mehreren leuten das ist ja dann eigentlich auch effizienter kann man das so ein bisschen so auch wenn man jetzt über cloud computing spricht auch so ein bisschen in so vergleichen ist das richtig absolut das ist ein sehr guter vergleich ja genau also die sogenannten also die rechenzentren die kunden dann für sich selbst gebaut haben in den letzten jahrzehnten waren wirklich für eigene nutzung und heute die neuen rechenzentren die von also den 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 big player den world scale player die sind so genannt multi tenant das heißt genau wie sie sagen dann es sind viele nutzer die nutzen diese compute power diese rechenleistung für gemeinsam und das hat nicht nur effizienz und produktivitätsvorteile sondern es hat auch dann also zusammenarbeit oder collaboration vorteil weil da können natürlich die die verschiedenen kunden miteinander deutlich einfache daten austauschen als in der vergangenheit wo das in keller oder zumindest einen bunker als rechenzentrum abgelegt war gehen wir mal vielleicht kurz ein bisschen von der technologie weg weil ich glaube du hattest glaube ich vorhin auch schon ein bisschen angedeutet das ganze ist eben nicht nur ein technologisches thema sondern es geht ja auch um die menschen es geht um auch eine gewisse firmenkultur wahrscheinlich also so wie ich würde ich jetzt mal vermuten es geht darum dass man ja auch die köpfe der menschen erreicht wie wichtig ist auch so eine firmenkultur im unternehmen in sachen nachhaltigkeit aus deiner sicht ich glaube das ist ein ein extrem wichtiges element also ich sehe bei microsoft als beispiel dass wir über 10.000 mitarbeiter wirklich grassroots die unsere interne microsoft ziele täglich vorantreiben wir haben dieses jahr oder diesen monat sorry birthday gehabt also letztes wochenende sollte eigentlich jeden tag sein aber es würde irgendwie so ein auf april mitte oder ende april dann verlegt und dann feiern wir haben viele initiativen und und so weiter aber das funktioniert sehr sehr gut also es ist die mitarbeiter bei microsoft und auch bei vielen anderen firmen kunden mit dem ich rede dann finden eine große persönliche motivation um etwas besser zu tun damit zum fahrrad in die arbeit fahren auch vegane essensmöglichkeiten bringen und so weiter und ich glaube dass das hilft definitiv diesen kultur zu 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 etablieren nicht desto trotz auch eine gut strukturierte deutsche strategie ist nicht schlecht und das hilft auch vor allem für die große investitionen voranzutreiben weil es sind auch dann viele firmen müssen größere investitionen nicht nur diese grassroots support haben sondern sie müssen auch ihre operativen prozesse dann verbessern über die nächsten jahren und noch noch wichtiger sie müssen auch ihre geschäftsmodell beziehungsweise produktendienst dann dienstleistungen auch ändern ab 2030 damit sie mit so die neue welt struktur mit mit nachhaltigen also wie soll man equilibrium oder nachhaltige state of business dann machen können würde ganz kurz noch bei diesem thema mitarbeiter bleiben es gab eine you gov studie die mitarbeiter befragt hat zu unterschiedlichen themen mitarbeiterinnen und mitarbeiter und da war ein ein ergebnis war das mehr als die ich glaube es waren 63 prozent der mitarbeitenden vermissen die die teilhabe an an umbauprojekten oder mitsprachen möglichkeiten auch ich glaube auch vor dem hintergrund nachhaltigkeit also sprich die fühlen sich irgendwie nicht mitgenommen viele viele mitarbeitenden und beim thema nachhaltigkeit denke ich brauche ich einfach dass alle an einem strang ziehen kannst du vielleicht irgendwie eine einschätzung oder empfehlung wie man wie man es schafft leute mitzunehmen bei dem thema ja also ich habe auch den 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 trick den zusammen an die kunst auch nicht erfunden oder jetzt wird dann auch bei microsoft aber ich glaube interne interne firmen themen wie kann ein microsoft als beispiel sich verbessern und carbon negative und water positive und waste zero sein ich sehe definitiv die die große und breite einbindung der mitarbeiter gruppen als nicht nur notwendig sondern super hilfreich und sinnvoll und das das finde ich gut bei natürlich bei bei geschäftsmodell themen das ist ja also bei firmen nicht so eine demokratische diskussion und das wird definitiv dann nach wie vor dann ein bisschen top down strategisch auch von investoren und auch von das management auch geführt du hast jetzt schon öfters das thema geschäftsmodelle angesprochen sind das geschäftsmodelle weil du hast ja sehr in die zukunft geschaut die 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 heute schon absehbar sind wo man sagen kann da kann man jetzt schon eine tendenz sehen was sich so raus kristallisiert an geschäftsmodellen oder sind das dann quasi wirklich vollkommen neue die man die man heute noch gar nicht auf dem schirm hat also gäbe es da jetzt schon beispiele zu nennen dafür ja ich glaube ja es also einiges wird klarer das ist wie wirklich im nebel fahren dann ist so die sonne kommt raus mittlerweile in den letzten paar jahren ich glaube wir sehen schon ein bisschen wo die reise hingeht beim thema energy transition wie wir diskutiert haben ich glaube da ist das relativ klar also bau windanlagen bau solaranlagen bau stickstoff und batterie kapazität um zu puffern wo das stattfindet wie die trassen dann natürlich dann für diese moment gelegt werden das sind natürlich dann diese großen bauprojekte die noch gemacht werden und dann natürlich bau industrie komponenten die dieses verspeisen können also im sinne von heat pumps also wärmepumpen ich glaube so heißt es auf deutsch und elektromobilität und genau die einzige frage ist eher wie ich gesagt habe diese industrie sparte wie es sind ein einfach einige technologien noch nicht da sind eine sogenannte bei in der chemie industrie ist ein gutes beispiel so genannte elektrocracker das wurde damals also bisher mit mit gas so geheizt und das muss man dann anders gestalten dann gibt es natürlich dann sehr spannende entwicklungen in natürlich in der in der agro industrie also wir haben eigentlich 70 prozent unserer landnutzung ist für agro also agriculture was auch deutschlandlandwirtschaft dankeschön und und das muss dann um die die hälfte reduziert werden eigentlich sagen die meisten experten wie macht man das dann man gut man man hat weniger bauernhöfe man hat weniger landnutzung dann für 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 nahrungserzeugung und das kann man machen indem man vielleicht neue technologien entwickelt für eiweiß produktion synthetisch also sehen wir ob es irgendwie so ein ein neuer fleisch art ist oder es nur milch produktion wird nicht mit mit zell basierten sachen gemacht oder wir nutzen dann keine milch muss man schauen ich glaube das sind neue sachen urban farming also vertical farming ganz spannende bereich um weniger land zu nutzen also das sind auch sehr interessante themen und dann auch in sustainable also urban environments eigentlich nutzen wir als menschen nur ein prozent der land für also städten und urban environments und das ist an sich gut es heißt nicht dass wir natürlich am städten abbauen müssen irgendwo und uns alle konsolidieren nicht desto trotz müssen wir natürlich dann schauen dass wir keine weitere land nutzen sondern dass wir in unserem gebiet bleiben und diese gebiete wahrscheinlich auch besser strukturieren es gibt so ideen von 15 minute cities also eine stadt in 15 minuten das heißt du bist in deine nachbarschaft und kannst dann alles schaffen statt dass du immer herumfahren musst glaube die europäer haben eigentlich das modell also die die asiatischen städten sind ein bisschen zu grundsolidiert die amerikanischen städten sind deutlich zu also nicht heterogen sondern breit gelegt und da braucht man ein auto um hinzugehen also deutschland ich glaube schon das modell dafür und dann haben wir ich glaube die letzten themen dann zur nachhaltigkeit wo man nicht öfters denkt und aber die die eigentlich die basis sind für unsere wohlsein und gesellschaft das ist dann inclusiveness also für menschen und vor allem also gender quality heißt also frauen und wenn das alle die gleichen chancen und zugang zu informationen haben und auch zugang zum gesundheitssystem haben und diese können definitiv unterstützt werden mit digitalen technologien ob das education also ausbildung in der zukunft ist warum muss man dann irgendwie zu einer anderen stadtfahndung da kann man deutlich mehr machen auch mit digitalen ressourcen die nutzbar sind von vielen menschen und das gleiche auch mit gesundheit muss dann zum general practitioner also hausarzt gehen warum nicht dann diese information deutlich schneller zu hause zu bekommen und auch pharmazeutiker oder was auch immer also das sind auch dann neue geschäftsmodelle die ideen sind und sind viele spannende ideen und viele leute arbeiten dran ist aber es ist auch schwierig das umzusetzen in vielen kulturen viele gesellschaften viele regierungen da also ich würde sagen ich glaube wenn man eine zahl darauf setzen würde dann deutlich mehr als 50 prozent der neuen geschäftsmodelle die wir brauchen ab 20 50 sind schon definiert wissen eigentlich sehr viel aber müssen jetzt natürlich die harte arbeit machen dass wir implementieren über die nächsten jahrzehnten das ist ja ganz interessant zu hören dass deutsche städte tatsächlich auch in irgendeinem aspekt auch mal vorbild sein können wenn ich das richtig verstanden hatte aber wenn wir vielleicht mal kurz noch oder jetzt so zum zum schluss wegkommen jetzt von von diesem visionären und in die zukunft schauen und und wieder mal zurückkommen wie unternehmen jetzt vielleicht vorgeht weil das hört sich doch alles sehr komplex an ja die die diese datenzusammenführung ist eine herausforderung du hast von den industriellen prozessen gesprochen wo wo auch noch viel getan werden muss in richtung elektrifizierung ich muss die menschen mitnehmen das hört sich alles sehr komplex an gibt es gibt es gibt es eine leitlinie oder gibt es ein paar einfache tipps wie man sagen wie kann ein unternehmen jetzt quasi in dieser doppeltransformation sowohl nachhaltigkeit als auch digital also wie kann ein unternehmen jetzt in diesen ersten schritten vorgehen man da irgendwas zusammenfassend vielleicht ich glaube es gibt noch kein leitfaden dazu also auch wenn die die üblichen verdächtigen guten berater anschaut dann die sind die haben natürlich einige gute ansätze definitiv und vorgehensweise aber ich würde sagen zwei elemente sind am anfang sehr wichtig für alle firmen weil es ist eine sogenannte system problem also system problem und das heißt dass die jede firma oder jeder akteur der so selber sich optimiert wird nicht ans ziel kommen da müssen alle so ein bisschen gemeinsam dahin kommen und das das bedeutet ich glaube als erster schritt immer transparenz schaffen das ist sehr gut in den letzten diese sogenannte so planetary boundaries diese wir wissen ein bisschen mehr über was sind die grenzen sdg sustainable development goals wissen das was sind die ziele wir haben jetzt durch die csrd diese corporate sustainability reporting directive dann ein bisschen eine 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 linie dann was muss man berichten was sind performance in der karton also erstmal transparenz schaffen dann wo sind wir jetzt und dann natürlich eine vision ich weiß nicht genau wer das gesagt also ich glaube so einen deutschen politiker da helmut schmidt irgendwas wenn man visionen hat so man zum arzt dann nee da brauchen wir definitiv eine vision dafür das ist so komplex und das ist sehr wichtig eigentlich dann weil nur mit einer gemeinsamen vision auch wenn es nicht komplett richtig ist da wissen wir alle so wo sollten wir zu arbeiten also was müssen dann alle akteure wo wo geht also produktionsprozesse wo geht dann also essens produktionsaktivität wie sehen städte aus in der zukunft also diese gemeinsames bild zu schaffen ich glaube ist sehr wichtig da ist zu wenig gemacht worden als sie sind seine gilt natürlich nie schwirren wie so ein bisschen so wie sieht die welt aus in 2050 gemacht haben und das heißt was machen wir denn jetzt die meisten firmen die arbeiten natürlich aus dem aus dem stand ein bisschen sondern okay heute bin ich schlecht ich muss so in die richtung aber wohin muss ich wie sieht mein geschäftsmodell aus in 10 20 30 jahren ist schwierig natürlich können große dax firmen innerhalb von deutschland sich das leisten ein bisschen zu spinnen zu sagen okay wo geht die reise hin szenarien aufzubauen aber mittelstands firmen nicht mehr die die brauchen also ein bisschen mehr guidance und im sinne von unterstützung im sinne von okay wie sieht das alles so aus nicht nur von regulatorien sondern wie gehen die anderen akteuren form also das ist der glaube ein wichtiger zweiter schritt so diese diese gemeinsame vision da spielen natürlich die firmen habe eine verantwortung aber auch ich glaube also die die regierung da also so ein bisschen governance haben auch eine verantwortung da mehr zu machen wir sehen auch von der eu-kommission auch von mitkommen deutschland also das ja wir wollen alle besser werden aber wie genau wie sieht das aus dass das wäre ganz gute sache so also ich glaube was ich jetzt mitnehme aus diesem gespräch ist die nachhaltigkeits und die digitale doppeltransformation bedeutet nicht doppelten aufwand sondern es gibt synergien die sich nutzen lassen und nachhaltigkeit ist nicht nur aus gesellschaftlicher sicht ein muss sondern bringt auch effizienzgewinne dem unternehmen und vor allen dingen treibt sie neue geschäftsmodelle an und von daher wird das eine spannende zukunft und dann bedanke ich mich für das gespräch war sehr spannend dankeschön auch markus und vielen dank auch an alle fürs zuhören und dann bis zum nächsten mal danke